Hier im 23. Bezirk hat der Familienbetrieb Heinl seinen Firmensitz. Vor 65 Jahren begann Walter Heinl Senior gemeinsam mit seiner Frau Maria in seiner Konfisserie aus feinen Zutaten mit viel Herzblut und Liebe Leckereien aus Schokolade herzustellen. Er hat ganz gern begonnen in einem kleinen Sutteroy-Lokal hat er begonnen Pralinen zu machen, damals als Nussbeugerl, die Nussbombe und so Stückartikel, die man dann einzeln praktisch bei den Kreißlereien verkaufen hat können. Seither ist die einst kleine Pralinenmanufaktur zu einem ansehnlichen Betrieb mit dem gleichen hohen Qualitätsanspruch gewachsen. Der Vater hat eigentlich damals gesagt, es muss günstig und gut sein, so wie es der Werner gern haben tut. Heute werden die Heinl Konfekt Spezialitäten in den eigenen Geschäften und über den Lebensmittelhandel verkauft. Das war immer der große Wunsch meiner Mutter, über Eigenfilialen auch zu verkaufen. Jetzt mittlerweile haben wir ja 31 Filialen und sind sogar in Klagenfurt mit einer Filiale, drei Filialen in Graz. Und so haben sich in ganz Österreich im Laufe der Jahre viele süße Ideen zu Verkaufshitz entwickelt. Das sind unsere Schokomaroni. Die Schokomaroni sind momentan fast ein Drittel von Umsatz. Und natürlich auch Schokobananen, unsere Bischinger-Sachen. Wir seit 2006 gehört die Firma Bischinger auch dazu. Und machen wir Haselnusecken, Mandel Ecken, O-Platten, was sehr beliebt ist. Über die Produktion der Konfesserie Heinl wacht der Bruder Walter Heinl. Jetzt um die Jahreszeit, also wo es auf Weihnachten zugeht, laufen natürlich alle Maschinen auf Volldarm. Also wenn die Waffelstraße von Bischinger und die Pralinenstraße von Heinl gemeinsam laufen, wird an einem Tag bis zu sechs Tonnen Pralinen oder Waffeln produziert. Auf 12.000 Quadratmetern arbeiten am Standort im 23. Bezirk 150 Mitarbeiter. Für das gesamte Unternehmen sogar über 300. Wir sind IFS-zertifiziert, das heißt nach internationalem Flutstandard. Wir legen auf Hygiene einen ganz großen Wert. Und bei uns sehen sie überall die Hygieneschlaßen. Und ohne dass sie Hände waschen, die Hygienebedienung einhalten, können sie nicht in die Produktion kommen. Aber auch Nachhaltigkeit und faire Produktion sind bei Heinl selbstverständlich. Wenn wir der Meinung sind, Kakao ist ganz wichtig, dass wir das unter fairen Handel kaufen. Aber es ist auch wichtig, dass wir den Zucker von den österreichischen Bauern kaufen. Somit ist für uns das Fertret-Kakao-Programm ein idealer Partner. Die süßen Produkte aus Wien werden in die ganze Welt exportiert. Sogar bis Israel und China. Konfisserie Heindl ist Mitglied von Wien Products, eine Exportinitiative der Wirtschaftskammer Wien. Konfisserie Heindl ist Mitglied von Wien.